Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten und ich bin heute tatsächlich mal auf dem Handy gelandet, denn ich wollte eigentlich eine ganz normale Folge machen, das machen wir gleich auch, aber es kam gerade wirklich top aktuell rein, Introducing Town Hall 13, also das Ganze findet hier auf Twitter statt, ich habe meinen Twitter auch mal wieder gefunden auf dem Handy, kaum zu glauben, aber guckt euch das an, das Rathaus 13 hier mit einem Inferno obendrauf anstatt des Gigateslas, vielleicht kann man es umstellen, vielleicht weiß das schon jemand, vielleicht kann man das umstellen, ob man eher den Gigatesla haben möchte oder ob man dann den Inferno unbedingt möchte und ist ja auch zu leveln oder so, das geht jetzt aus diesem kleinen Video nicht hervor, aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark aus und ist in jedem Fall, glaube ich, was, ich weiß nicht, ob das alle erwartet haben, dass es so ist, aber es fällt ja auch immer noch was runter, also das Winter Update beginnt und so ein bisschen Schalke im Nacken haben natürlich unsere deutschen Freunde wieder, nämlich die Seite Clash of Clans.de, schnell alle, tut so, als ob ihr überrascht wärt, okay, ist ja echt schon so viel wieder geleakt worden, naja, ich glaube nicht und mal sehen, was noch so kommt, aber tatsächlich bin ich auch so ein bisschen ready für dieses Game hier, ich schalte jetzt mal um, gerade mal so im laufenden Betrieb hier auf mein, auf mein anderes Dörfchen, so, da sind wir jetzt auf meinem anderen Dorf, da mache ich das eben mal auf, auf mein Handy und warst du artig oder unartig, auch nicht schlecht, also auch hier hat das jetzt, das Ganze jetzt nochmal gewechselt, ich weiß nicht, Winterfest vor einer Stunde, warum das hier noch im deutschen Client jetzt vor einer Stunde steht, das ist ja jetzt doch schon ein bisschen älter, aber egal, egal, ich bin mit diesem Account hier, ja, wird das der Endspurt, ich weiß es nicht genau, ob es der Endspurt wird, denn ich bin so ein bisschen mal wieder ein bisschen hin und her gerissen, ihr habt ja wahrscheinlich auch beobachtet, dass dieser Account hier tatsächlich so ein bisschen, eigentlich ein bisschen besser bespielt wird, als der von dem Thorsten, denn als Rathaus 12 kam, bin ich mit Thorsten schon hochgegangen und hatte noch nicht alles fertig, vor allen Dingen habe ich mich damals mit dem Bombentürm vertan und habe gedacht, die gehen, die gehen nur bis 5 hoch bei Rathaus 11 und habe die gar nicht mehr gebaut und plötzlich kam Rathaus 12 und ich hatte plötzlich ein bisschen mehr Level nachzuholen, was den Bombenturm angeht, das soll mir natürlich hier nicht nochmal passieren und deswegen habe ich gedacht, hier baust du das wirklich alles mal durch und auch alle Mauern, ich musste mit Thorsten auch unheimlich viele Mauern noch machen, also erstmal nachmachen, aber egal, damals war mit Rathaus 13, äh, Rathaus 13, Rathaus 12 einfach ein bisschen wichtiger und nur mit, mit diesem Account, ihr habt ihr vielleicht am Wochenende auch gesehen, in den, in den Livestreams komme ich richtig gut voran, 10 Mauern, noch 10 Mauern, noch A2 Millionen, ähm, wo der Pass jetzt ausgelaufen ist, hat, haben die nur 1,6 Millionen gekostet und da habe ich richtig reingehauen, ähm, gerade mit der, äh, mit der Season, mit dem Seasonende, ähm, kam hier noch mal ein bisschen was rein und, äh, dann auch mit der Clanburg, denn auch hier, ich habe immer noch, immer noch ein bisschen was drin, aber nicht so wirklich viel und da konnte ich natürlich echt mal richtig, richtig viel mit diesem Account machen, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich jetzt schon auf Rathaus 12 gehen soll oder ob ich nicht besser noch warte. Warum, warum eigentlich noch warten? Ja, warum sollte man jetzt eigentlich noch warten, gerade wo, ähm, ich kriege jetzt bei ganz, ganz vielen Rathäusern im Moment, bekomme ich einfach alles, alles fertig irgendwo, äh, vor allen Dingen Mauern, Gebäude, die letzten, die ich noch so zu machen habe und, äh, das ist echt schon, das ist wirklich schon sehr, sehr krass. Ich glaube, den können wir eigentlich mal, ah ne, der hat ein bisschen zu wenig Gold, den konnten wir nicht mitnehmen und, ähm, ja, da bin ich, wie, gerade, gerade was diesen Account angeht, ich habe dann keinen Elfer, der nachkommt. Ich muss bei meinen Rathaus 10ern noch so viel Mauern machen und, ähm, ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe ja immer ganz gerne ein Rathaus auf der Stufe des, des Contents und, äh, den ich, den ich gerade zu bringen und wenn, wenn ich dann keinen Elfer mehr habe, ah, da, da fehlt mir so ein bisschen, was muss ich sagen, da fehlt mir ein bisschen was, ich kann mit dem auch noch ein paar Sterne sammeln hier, ganz in Ruhe. Jetzt ist ja erstmal Liga-Start, gehen wir gleich auch mal kurz rein und, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, schreibt mir mal unten rein, ob das jetzt sinnvoll ist, das Ding läuft 14 Tage, also dann haben wir das Update in jedem Fall, oder? Keine Ahnung, 14 Tage, äh, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehren, aber ich denke mal schon, dass, dass wir dann echt in den Startlöchern sind und das Update hier jetzt Stück für Stück nicht reinkommt, sondern, ja, preisgegeben wird, was kommt denn, auf was kann man sich einstellen und so weiter, aber auf was kann ich mich hier eigentlich einstellen, auf echt mal, echt mal Mauergegner, nachmittags um 14 Uhr, Toto hat ja seine Uhrzeit eben mal wieder geleakt, auf dem Handy, kommt hier mal so gar nichts, Mann, 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 hm, ob wir den Zwölfer mal mitnehmen hier, wäre ja mal eine Möglichkeit, äh, denn der Adler ist im Ausbau und hinten ein Inferno, das heißt also, ist quasi ein NGL, weil das Rathaus ist jetzt auch noch nicht so stark, was ist denn das für eins ein Rathaus? Ein Rathaus, römisch, zwei und die Tornado-Fall ist, glaube ich, dann auch im Bau, wenn man die schon so sieht, denn ich gucke mir den Account hier jetzt nicht gerade an, wir gehen ja mal über Ecke rein, wir gehen mal über Ecke rein, dann nehmen wir das Rathaus mal mit und, ähm, mit der aktuellen Armee, die ich so ein bisschen habe, das ist, glaube ich, noch die Armee, ho, Troll-Tesla auf, Troll-Tesla auf 9, okay, das ist noch, das ist noch die Armee aus, aus dem letzten Event hier, dass es ja gab, das habe ich auch überhaupt nicht gespielt, also wirklich mal, mal so gut wie gar nicht, äh, Worten müssen wir umstellen hier auf Boden und dann die Schnitten hier mit rein, mit den Schnitten meine ich die Walküren, so, die hält hinterher, ich denke mal, da büxt mir jetzt auch keiner aus und dann geht das hier gegen das etwas kleinere Rathaus rein, oh 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 oh, what's this? Ah ja, 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 Clanburg, harte Clanburg, okay, da ist jetzt aber auch schon meine Karre hin, okay, dann nehmen wir die jetzt, die Wortenfähigkeit einmal, ich zünde mein King, dass ich noch ein paar mehr Truppen hier in der Base habe, Und ich habe jetzt noch ein ganz kleines bisschen, falls es nur erst 27 Prozent hier, hallo? Alter, das geht ja gar nicht. Hole ich hier nicht mal die 50 Prozent? Oh, ja, da habe ich jetzt wirklich nicht mit so gerechnet hier. Da müssen wir wirklich mal alles verfeuern. Und so, der King kriegt da schon ein bisschen mehr Lack hier. Wo läuft denn der eigentlich da? Außen läuft das da rum? Oh, ein bisschen Loot haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Warum? Das war ja auch ein bisschen Ziel hier. Das ist ein Single Inferno, da sehe ich gerade. Und die Queen ist hier mit dem Worten am Adlergrad gewesen und am kaputten, nee, nicht am kaputten, sondern am im Ausbau befindlichen Inferno. Gibt jetzt kleinen Beschuss dort. Ob die sich gleich wohl durch das Lager da fressen? Ah, ich glaube, ich nehme den Frost hier nicht. Ich glaube, ich nehme hier unten den Frost nicht. Der Inferno kann ruhig stehen bleiben. Ich glaube, wir nehmen den einen Frostzauber hier für den Bogenschützenturm, oder? Ja, das machen wir mal. Jetzt noch nicht. Mal sehen, wann meine Queen da Beschuss bekommt. Noch ist alles auf den Skeletten da oben. Ich warte jetzt mal richtig lange. Okay, aber zu lange darf ich auch nicht warten. Da hat es mein Worten schon mal hingerafft. Ich bin gerade echt zusammengezuckt, Leute. Ich bin wirklich gerade so ein bisschen zusammengezuckt, dass es mein Worten gerade so zerlegt hat. Alter, Falter. Mann, Mann, Mann. Okay, ach, die haben hier unten noch den Inferno geschafft, die beiden Hexen. Okay. Aber ich glaube, das war es jetzt auch. Da ist jetzt, ah, die Zeit ist aus. Okay, ich muss jetzt gleich, ich habe mich wirklich gerade erschrocken, als der kaputt ging. Und naja, so können wir das aber ganz, ganz gut, denke ich mal, machen. Ja, wie gesagt, ich kann hier jetzt schon wieder fast zwei Mauerteile machen, wenn ich das hier jetzt raushole. Und könnte jetzt natürlich auch das Rathaus anstoßen, denn im Moment sind die Gebäude ja billig. 4,75 Millionen nur. Das ist echt ein Sportpreis. Auch da überlege ich halt noch mal dran. Aber ich habe noch ein paar Tage Zeit. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, denn, wie lange haben wir denn eigentlich noch Zeit? Winterfest, sechs Tage, 18 Stunden. Also noch geht ein bisschen. Ich gehe mal tief ein bisschen in mich, ein paar Kaffee, ein paar Bierchen abends. Und dann überlege ich da mal. Mal sehen. Erst mal klar kriege ich sie ja jetzt die nächsten acht, neun Tage. Und wir haben auch schon unser Matching gefunden. Denn wir spielen hier aktuell bei den Herausforderern in der Crystal Liga 1. Aus eigener Erfahrung von anderen Clans, mit deren Accounts ich dann da bin, weiß ich, dass das für Rathaus 10 schon ziemlich happig ist. Denn da muss er oft gegen 11 ran. Deswegen spielen wir hier only Rathaus 11 und 12 mittlerweile. Und ich muss auch sagen, wie das hier gewachsen ist im Community-Clan der Herausforderer. Ist das wirklich noch ein Community-Clan oder muss ich mal einen neuen aufmachen? Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreien, ob wir neun aufmachen können für etwas kleinere Rathäuser, wo es dann ein bisschen kleiner losgeht. Vielleicht ist das euer Wunsch. Dann ist das nicht unbedingt mein Befehl. Aber ich könnte darüber nachdenken. Denn der Herausforderer der Community-Clan hier ist schon ein richtig fetter Stamm. Mit mittlerweile hier in der Liga 11, 11, Rathaus 12 und dann nur noch so eine kleine Handvoll, noch nicht mal eine Handvoll, Rathaus 11er. Unsere Gegner sind in etwa genauso. Woran ihr das erkennt? Ich habe euch das mal eben kurz einmal eingeblendet hier. Die URL, dort könnt ihr dann eure, wenn ihr auf diese URL geht, dann könnt ihr eure Clan-Tag dort eingeben in ein freies Feld. Und das Ganze spielt sich dann links oben im Browser ab. Und wenn ihr dann auf Overview guckt, dann könnt ihr schauen, welche Matchings ihr so habt. Ich blende jetzt auch mal kurz unsere Matchings hier ein. Und ich finde eigentlich, dass das geht so. Da gibt es jetzt zwei Clans. Hier haben wir ein paar Zwölfer mehr. Nämlich nur Zwölfer. Das werden die sicherlich auch spielen. Aber ich glaube, wir haben eine ganz reelle Chance hier, zumindest die Kristall-Liga zu halten. Das ist, glaube ich, erklärtes Ziel. Wir wollen nicht aufsteigen. Wir wollen nicht absteigen. Wir wollen das Ding hier halten. Und so, glaube ich, wird das hier eine coole Liga. Ich freue mich auf jeden Fall im Elfer-Bereich. Tauschen wir halt ein bisschen durch. Und das brauchen oder können wir, glaube ich, im Zwölfer-Bereich nicht unbedingt machen. Ein bisschen unfair ist es auch. Ich habe die Tage mal darüber nachgedacht, dass es auch ein kleines bisschen unfair ist gegenüber den kleineren Rathäusern. Die jetzt, also gegenüber den Elfern oder so, Zwölfer sind irgendwie immer dabei. Nein, Zwölfer haben es immer gut. Die sind irgendwo immer dabei. Außer du hast jetzt einen Clan, wie wir bei Spätzen mit Soz. Da haben wir noch nicht gesucht. Oder bei GSI-Wallers, da haben wir halt nur Zwölfer. Da tauschen wir natürlich Zwölfer durch. Aber so in anderen Clans sind die Zwölfer immer mit dabei. Oder gibt es wohl da draußen auch Clans, wo die Zwölfer ein bisschen gewechselt werden. Könnt ihr mir auch mal unten in die Comics reinschreiben. Dann wechselt ihr ab und zu auch mal einen Zwölfer aus, weil einer sagt, ich kann morgen nicht. Und ich muss mal aussetzen, weil Geschäftsreise oder keine Lust ist. Was auch immer. Und ich würde aber sagen, wir machen hier einen kurzen Cut. Dann machen wir hier noch einen zweiten Angriff. Denn es gibt ja immer was zu tun in Clash of Clans. Auch für mich. Auch bei den Max-Dörfern. Es gibt irgendwo immer Clash of Clans. Und das finde ich nach wie vor, das mag ich so an dem Game. Du kommst einfach rein und hast so ein bisschen nicht das Gefühl so, ach, heute kannst du gar nichts machen, sondern heute kannst du wieder reinhauen. Das machen wir jetzt gleich auch. Und ich muss aber kurz mal einmal durchrecken mit dem mir ein paar Clans-Burg-Truppen spenden oder spenden lassen. Und eben mal die Helden recken. Und dann machen wir hier weiter. Mauern oder Rathaus. Das ist hier die Frage. Okay, den nehmen wir mal mit hier. Da gehe ich auch wieder über Ecke rein. Denn die Ressourcen, die ich ja brauche, die liegen jetzt nicht in der Mitte. Die sind außen rum. Und deswegen glaube ich, können wir hier auch wieder über eine Ecke reingehen. Welchen nehmen wir denn? Kanonen- oder Bogenschutzenturm. Ich glaube, wir nehmen mal Bogenschutzenturm hier. Wir nehmen mal den Bogieturm. Ich glaube, das macht Sinn. Und Pekka hier noch mit rein. Der kann uns nicht weglaufen. Die beiden hier hin. Und dann nehmen wir hier die Walküre einmal. Und hier oben unsere Hexen. So ein bisschen werden sie uns, glaube ich, wegleiten hier. Nehme ich mal zwei Walküren, glaube ich, auf der Seite. Dann ist jetzt alles weg. Und meine Helden können hier mit rein stürmen. Und auch die restlichen Wallis. Und jetzt muss ich allerdings schon so ein bisschen was in Wallung bringen. Die Karre ist noch ganz gut dabei, sehe ich gerade. Ist noch ganz gut am Start hier. Jetzt ist sie allerdings hin. Und wir gucken mal, wo wir die Truppen hier oder die Masse der Truppen gleich mal springen lassen können. Mal sehen hier so hin. Da ist aber kein Tank dabei, der das in Anspruch nimmt. Und der Adler ballert die ganze Zeit. Also müssen wir jetzt doch ein bisschen was da hinten tun. Und dann nehmen wir die hier in Wut. In der Hoffnung, dass da... Also ein bisschen geht da ja rein. Ein bisschen geht da ja rein. Okay. Nicht wirklich viel. Queen vielleicht. Nein, die Queen geht mit außen rum. Eigentlich ist es mir recht. Eigentlich ist es mir recht, dass die alle außen rum latschen. Denn ich brauche das Dunkle da in der Mitte nicht. Aber der Warden haut hier jetzt kräftig auf die Kacke. Und der Inferno geht kaputt. Ach komm, wir machen den Adler. Wir machen doch den Adler da an der Stelle. In Frost. Und jetzt geht die Queen auf das Lager. Jawohl. Gold und Elex. Genau das wollte ich haben. Und die anderen Sachen sind mir jetzt nicht so ultra wichtig. Also das Dunkle jetzt auch nicht okay. Das habe ich jetzt auch gekriegt. Womöglich kriege ich noch ein bisschen mehr von der Base hier. Denn mein Warden haut hier richtig auf die Klocke. Der macht hier mal richtig schön mit Schaden. Rathausfeld hier. Der X-Bogen. Müsste eigentlich auch noch fallen. Viel Defensive haben wir nicht mehr. Viel Defensive haben wir nicht mehr. Und die Hexen sind hier gut dabei mit den Skeletten. Also die Minitanks hier. Kann man ein bisschen näher reingehen. Dann sieht man das mal, wie die sich hier durch so eine Mauer knabbern. Aber obwohl das ist auch nur Punktschaden hier. Also überhaupt kein Flächenschaden mehr. Ja, was hängen die denn jetzt da noch an der Mauer? Ach, Tornado Falle. Ei, Tornado Falle da vorne. Oh, okay. Habt aber schön gesehen. Hat man jetzt mal schön gesehen, dass die doch ganz netten Schaden macht. Und wo geht es jetzt hin? Okay, es geht erstmal nach außen. Auf... Ach, schaffen wir den echt auf 0. Das wäre ja cool. Das wäre richtig cool. Wir brauchen dann den Rest auch nicht. 94% jetzt schon wieder drin hier. Also für den Pass brauchen wir ja auch etwas mehr Zerstörung. Und wenn wir natürlich immer gute 100% hier holen, dann brauchen wir auch nicht so viele Angriffe dafür. Ein bisschen muss ich mir freischalten. Okay. Das sieht ganz gut aus. Eieieiei, Toto. Schmeckt. Schmeckt. Ich habe auch einen Trank geschluckt hier. Also einen Trainingstrank. Denn ich habe gesehen, tada, ich habe einen Gratis. Dann nutze ich das sehr, sehr häufig, damit mir der Gratis dann nicht schlecht wird. Oder womöglich ausläuft. Das wäre ein bisschen doof. Und ich glaube, jetzt habe ich im Pass auch so viel reingespielt. 80 Punkte. Oh, das ist noch nicht viel. Aber den 1-Gem-Boost. Endlich den 1-Gem-Boost. Es gab ja erst den Weihnachtstypen hier, den gehörten Weihnachtsmann. Video ist übrigens von gestern. Und ja, ich weiß es. Ich habe es ja immer noch nicht zusammen hier. Die Millionen. Aber ich glaube, wir geben unser Zeug hier für die Mauern aus, glaube ich. Nicht für den Bogenschützentürm, für die Mauern. Ich habe auch ein bisschen Sorge, dass wieder ein bisschen was nachkommt. Das heißt also jetzt mit Beginn dann irgendwann Rathaus 13. Dass dann noch irgendeine Defense wieder auf einem anderen Rathauslevel nachgezogen wird. Und die muss ich dann natürlich auch nachziehen. Und das ist schon wieder ein bisschen doof. Naja, egal. Ich freue mich in jedem Fall, dass jetzt das Winterupdate losgeht. Also, dass schon mal so ein bisschen was gezeigt wird. Ich hoffe, das freut euch auch. Ich hoffe, der Anfang war jetzt nicht zu unprofessionell für euch. Aber ich habe den Anfang jetzt wirklich noch mal umgestrickt. Habe das Thumbnail noch mal umgestrickt. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, ihr freut euch auch an dem Endspurt. Dem Endspurt galt eigentlich dem Rathaus 11 hier. Und nicht dem Rathaus 12 bis Rathaus 13. Also mal gucken. Schreibt fleißig in die Kommis. Und dann sehen wir uns in dieser Woche mit einigen Folgen. Und mit einer Mauer, die ich hier nicht gemacht habe. Und da, das, weißt du, also da, da bin ich auch knickerig. Das ist nicht, das ist vom Design her unschön. So ist das, so ist das schöner. Okay, habt euch wohl, habt eine coole Woche. Bis dahin, euer Toto. Tschüss.